Und das, was wir jetzt kurz spielen oder anspielen, im Gedenken, jemand anders, ein Acoustic Tribute to Jeff Beckley. Und das, was wir jetzt kurz spielen oder anspielen? Und das, was wir jetzt kurz spielen. Und das, was wir jetzt kurz spielen. Und das, was wir jetzt kurz spielen oder anspielen? Und das, was wir jetzt kurz spielen.